Ich möchte mit dir über ein Klassentreffen reden. 20 Jahre ist das zu fassen. Nein, ich bin nicht mehr ganz ätzend. Das Meer und die Sonne. Beide wunderschön, beide tödlich. Schatzi! Oliver Lawless. Von der Highschool? Zack, das war ein guter Freund deines Vaters. Nein, war er nicht. Die Fresh hat eine Idee. Wer ist die Fresh? Das bin ich, Jerry. Hör zu. Wenn wir Lawless herbringen, dann werden alle kommen. Ist so wie eine dämliche Wohltätigkeitsveranstaltung. Die brauchen auch immer Promis. Wenn Dave Schwimmer kommt, dann kommen alle anderen auch. Dann? Ja, Mann, was geht? Wie geht's? Ja, ich hab das so verorganisiert. Okay, gehen wir an die Bar. Oh. Wer ist der Banana Boat, Mann? Banana Boat. Dieser Kerl ist dieser Kerl. Und dieser Kerl ist dieser Kerl. Frag mich, warum ich hier bin, Oliver. Geschäfte machen, oder? Das ist das, was mein Boss, der direkt über uns schläft, denkt. Ich bin hier, um dich zu überreden, zu unserem Highschool-Treffen zu kommen. Ach du Scheiße. Ich hab noch nie Muskelrelaxanz genommen. Runter damit, hm? Ach, was für eine Reise, hm? Was ist hier los? Lawless hat geantwortet. Und dann haben sich viele andere rangehängt. Nur dank dir. Dein Plan. Da ist er. Dan, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber du hast dir eine tolle Frau gehandelt. Lass uns einfach Spaß haben. Ja. Kann ich dich eine Sekunde sprechen? Jetzt gleich? Hm. Meine Freundin, sie will ein Dreier machen. Du stapelst sie. Ja, Mann. Die Gartenstühle. Schön übereinander. Denk darüber nach. Ich dachte, wenn ich Oliver Lawless liefern könnte, dann wäre ich der Held. Und ich war bereit, alles zu riskieren für die Chance, einer zu sein. Du bist besessen von Oliver? Du benimmst dich so merkwürdig. Rede mit mir, Oliver! Worüber möchtest du reden? Oliver, warte. Wieso ist die Musik aus? Wieso ist die Musik aus?